Einen floschen guten Tag wünsche euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. In dem heutigen Video stelle ich euch 5 Griefer Games YouTuber bzw. ehemalige Griefer Games YouTuber vor, die nach einer Zeit eben verschwunden sind. Das Ganze hier ist Teil 1, nächste Woche kommt Teil 2, dementsprechend bleibt gerne dran. Ihr werdet wahrscheinlich auch den ein oder anderen kennen und den ein oder anderen denke ich auch sogar gar nicht mehr kennen. Genug geredet, viel Spaß mit dem Video. Fangen wir mit dem ersten YouTuber an und wahrscheinlich mit einer der bekanntesten Griefer Games YouTuber früher. Die neueren werden von euch den nicht mehr kennen, die älteren dafür umso mehr. Und zwar geht es um den lieben Alex YouTube. Er hatte 6000 Abonnenten, war dafür bekannt Scammer zu suchen, Tipps zu geben, News vorzustellen sowie Plotbewertungen zu machen. Jedoch hat er seinen eigenen Kanal nach meinen Informationen nach gelöscht. Das einzige was man heute noch auf YouTube von ihm findet ist ein Video von Zapdor, wo er seinen Plot vorgestellt hat. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute gibt es mal wieder eine kleine Folge Griefer Games. Und heute werden wir mal wieder ein YouTuber GS besuchen, nämlich das GS vom lieben Alex YouTube. Link ganz oben in der Videobeschreibung, ihr solltet ihn vielleicht sogar kennen. Und ja, heute werden wir halt wieder ein YouTuber GS bewerten. Und von 2018 ein Video von mir selber, wo ich nämlich ihm eine Spende gegeben habe. Denn nachdem er seinen Kanal gelöscht hat, hat er einen neuen Kanal erstellt. Und da wollte er wieder mit Griefer Games anfangen, nachdem er eine Pause eingelegt hatte. Und hatte dann auch auf CB1 ein Plot, das existiert heute schon gar nicht mehr. Ich habe bis jetzt nur auf CB7 einen Plot gefunden, wo noch irgendjemand anderes vertraut ist. Aber da ist auch nicht wirklich was drauf. Gehen wir mal auf Citible 1. Soweit ich weiß, hat er dort sein Haus, oder ja gesagt sein Plot. Und mit Slashph Alex YouTube kommen wir da hin. Wir müssen mal hier schauen. Briefkassen von Alex YouTube. Ich freue mich auf die Spenden. Und das Plot, was er in dem Video damals gezeigt hatte, da habe ich nämlich ein Video draus gemacht. Um ein bisschen den Leuten wieder aufmerksam zu machen, dass er wieder da ist. Und da habe ich ihm eben eine kleine Spende hinterlegt. Ein zweites Video kam, meine ich, nicht von ihm. Oder es kam noch ein zweites Video, aber kein drittes dafür. Es gibt noch einen Kanal, der nennt sich QSG-Ente. Und es gibt ein Video, was vor vier Jahren hochgeladen wurde. Und als ich das vorhin gefunden habe, man sieht ja immer, wenn man sich ein YouTube-Video angeschaut hat, sieht man ja unten diesen roten Balken, wie lange man sich das Video angesehen hat. Und bei dem Video war und der roten Balken circa zur Hälfte bedeutet, in diesen vier Jahren habe ich mir wirklich schon mal das Video angeschaut. Aber ich bin mir nicht wirklich sicher, ob dieser QSG-Ente wirklich der Alex YouTube von früher war. Es gibt ein Video, neuer Name, was ist mit Alex. Ich weiß noch, wie sich die Stimme von Alex anhört. Und irgendwie fand ich die Stimme, wie ich sie gehört habe, ein bisschen jünger als so, wie er sich angehört hat. Vielleicht habe ich auch schon wieder Alzheimer. Aber ich habe auch auf Name.MC geschaut wegen Namensänderungen. Und es gibt kein QSG-Ente, der mal Alex YouTube heißt. Von daher würde ich mich nicht darauf festlegen, dass das jetzt der echte Alex ist, beziehungsweise war. Auf dem Kanal existieren nur nur drei Videos mit 38 Abonnenten. Eins davon ist der neue Name und die anderen zwei ist einmal Wunsch-Plugin programmieren und einmal Nerox Ways Bedroos Video. Ich denke mal, er hat komplett aufgehört mit YouTube. Warum? Hat wahrscheinlich keinen Spaß mehr gemacht, so wie ich das in Erinnerung noch habe. Aber mehr ist zu ihm nicht bekannt. Also außer diesen zwei Videos von Zapto und mir, das eine, habe ich nichts weiter über ihn gefunden. Das ist echt krass. Und wenn ich ihn gar nicht kennen würde, hätte ich wahrscheinlich ihn gar nicht auf dieser Liste drauf, weil er so in Vergessenheit geraten ist, weil ihn schon fast keiner mehr kennt. Der zweite YouTuber ist bei Raynex mit 1,2.000 Abonnenten. Sein letztes Video hatte er am 11.10.2018 hochgeladen. Manche Videos hat er sogar gelöscht, wie ich gesehen habe. Also so wenig Videos, wie er auf dem Kanal war, hat er, meine ich, nicht hochgeladen. Also da fehlen auf jeden Fall ein paar Videos. Nachdem er mit den Griefer Games Videos aufgehört hatte, eben 2018, hatte er sieben Videos noch gemacht, wo er auf seinem eigenen Server aufgenommen hat. Aber danach verschwund er auch spurlos. Bei Raynex kennt er wahrscheinlich noch weniger als Alex. Er war jetzt nicht so der Bekannte, aber man hat ihn schon oft in der Kommentarsektion gesehen, wodurch ich ihn auch auf ihn aufmerksam geworden bin. Auch wenn seine Videos jetzt so ein paar hundert Klicks hatten, hatte er schon einen Bekannten Bekanntheitsgrad wie früher eben, wo es halt noch nicht so viele YouTuber gab, die jetzt auf Griefer Games Content gemacht haben. Zu seinem wirklichen Content kann ich inzwischen auch gar nichts mehr sagen, weil es inzwischen nur noch sehr wenige Videos von ihm online gibt, wie zum Beispiel, dass er ein paar Bugs vorgestellt hat. Ob die wirklich funktionieren, weiß ich jedoch nicht. Dann hat er noch ein paar Plots bewertet und Scammersuchen, meine ich, hat er auch gemacht. Ah ja, ich sehe es sogar. Hier, Scammersuchen hat er sehr oft gemacht. Also da die Videos haben auch die meisten Aufrufe. Mehr ist zu ihm auch nicht wirklich bekannt, weil er aufgehört hat. Es gab ein Video, ich mache wieder YouTube, fünf Videos später. Hat man nichts mehr von ihm gehört. YouTuber Nummer drei ist Bärenkind mit 2,3.000 Abonnenten. Auf seinem kompletten Kanal sind keine einzigen Videos, also kein einziges Video ist mehr online. Es gibt ein Short, beziehungsweise fünf Shorts gibt es noch. Und das war es auch. Er hat seit 2017 bis, meine ich, 2020 Griefer Games Content gemacht. Mal mehr und mal weniger aktiv. Wechselte dann zu Fortnite hin, weil Minecraft keinen Spaß mehr gemacht hatte. Und schließlich ist er dann zu GTA 5 rübergegangen. Das letzte Short hat er vor zwei Monaten hochgeladen. Seitdem sieht es auch ziemlich still aus. Den vierten YouTuber werden sogar wahrscheinlich mit einer der meisten von euch noch kennen. Und zwar ist das Ende HD. Sein letztes Griefer Games Video hat er 2020 hochgeladen. Danach folgt nur noch zehn Videos von Hypixel Skyblock Videos, wo er ein bisschen was gezeigt hat. Aber ich bin mir auch gar nicht mal sicher, ob er da überhaupt geredet hat. Also in manchen schon, meine ich, aber nicht mal mehr in allen. Bekannt geworden ist er halt durch Scammersuchen, was früher extrem gut funktioniert hat. Und Tipps und Tricks hat er dann eben auch noch gegeben zum Geldverdienen, Farm etc. Und wie ich das auch in Erinnerung habe, hat er sich gerne mit Subtor gebeefst. Von wegen, wer stinkt mehr? 24,7.000 Abonnenten hat er. Seit zehn Monaten hat man nichts mehr von ihm gehört. Komplett nicht. Das letzte Griefer Games Video hat er auch vor circa zwei Jahren gebracht. Also es ist ziemlich still um ihn herum geworden. Auf jeden Fall auch bekannt auf meinsucht.net. Und auf gommahd.net hat er auch, glaube ich, auch noch den Premium Plus Rang bekommen. Auf meinsucht hat er sogar, glaube ich, YouTuber, wenn ich mich recht entsinne. Und auf Griefer Games hat er den YouTuber Plus, meine ich. Der letzte YouTuber für diese Folge ist der liebe FlexRace mit 7,8.000 Abonnenten. Sein letztes Video hat er 2020 hochgeladen, also auch schon zwei Jahre wieder her. Er war sogar ehemaliger Supporter und Designer auf Griefer Games, beziehungsweise für Griefer Games. Er hat neben Scammersuchen, Tipps und ein bisschen News auch Tutorials zu Griefer Games gebracht. Also wie baut man was mit Redstone etc. Das erste Griefer Games Video hat er im Dezember 2017 hochgeladen. Bis 2020 hat er dann durchgezogen und ab dem ist es bei ihm auch still geworden. Kanntet ihr einer der YouTuber aus dem Video, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Gerne abonnieren, die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr auch nächsten Dienstag um 15 Uhr. Nicht in Part 2 dieser Folgen, sag ich mal. In Part 2 behandeln wir auch paar YouTuber, die nicht so ganz positiv dem Server in Erinnerung geblieben sind. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein und ciao, Leute. Tschüss, Leute.